Die Explorer X5 Play eSIM ist weltweit die erste eSIM Smartwatch für Kinder. Laden Sie die Uhr zunächst auf. Und laden Sie die Explorer X5 Play eSIM App im App Store auf Ihr Smartphone. Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Smartphone WLAN und Bluetooth eingeschaltet sind. Und dass keine weiteren Bluetooth-Geräte in der Nähe sind. Erstellen Sie ein Benutzerkonto oder melden Sie sich mit Ihrer Mobilnummer und Ihrem Passwort an. Halten Sie den rechten Knopf an der Uhr ca. 10 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten. Wählen Sie im Menü der Uhr unter Einstellungen eSIM aus. Wichtig! Das eSIM-Profil der Telekom muss aktiviert sein und Sie benötigen eine stabile Internetverbindung. Gehen Sie in der App auf Familie und drücken rechts oben das Pluszeichen, um die neue Uhr hinzuzufügen. Scannen Sie in der App den QR-Code, der auf der Uhr angezeigt wird. Die Uhr ist jetzt mit dem Smartphone gekoppelt. Scannen Sie jetzt den QR-Code des eSIM-Profils. Und geben die Profilinformationen Ihres Kindes und die Telefonnummer der Uhr ein. Die Uhr ist aktiviert. Lesen Sie sich die Kurzanleitung durch und machen Sie sich mit den Inhalten der Explorer App vertraut. Viel Spaß mit Ihrer neuen X5 Play eSIM. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich per E-Mail an unseren Kundenservice. Support at myexplorer.com Das ist die OH-Code des eSIM-Profils. Ja? 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 Untertitelung des ZDF, 2020